Mein Name ist Caroline. Ich war neun Jahre lang Fahrschullehrerin in Niederösterreich. Die letzten zwei Jahre davon war ich in Saudi-Arabien, um dort Fahrlehrerinnen auszubilden. Vor kurzem bin ich wieder zurück in die Steiermark gezogen. Im Zuge dessen machte ich den Busschein und fing kurz danach bei der Firma GKB als Buslenkerin an. Das Busfahren gibt mir ein Gefühl der Freiheit und der Umgang mit den Kunden macht mir unheimlich Spaß. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt unter www.gkb.ad